Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Verteidigung der Inseln anzunehmen bei Bewerber Remolos in Der Heim der Träume, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Nehmt die Quest an und nun darf ich 20 Weltquests abschließen, um diese eine Quest abzuschließen. Weltquests sind diese hier auf der Weltmap, gibt es ganz viele verschiedene, gibt es Dungeon-Weltquests, PvP-Weltquests, dann gibt es auch noch Berufs-Weltquests, das sind Bad-Weltquests, Berufe habe ich gerade keine im Blick, aber die gibt es auch noch. Leider kann ich euch die nicht zeigen, Elite-Weltquests, äh, und so weiter. Jede davon zählt zu dieser Quest dazu, also wenn ich so eine abschließe, geht hier der Zähler hoch. Und das versuche ich jetzt mal zu erledigen. Da habe ich auch schon die 20 Weltquests abgeschlossen. Es hat jede gezählt, die ich gemacht habe. Äh, Quest ist abzugeben bei Rensar-Grosuf, in Der Heim der Träume, an dieser Position. Hier seht man auch die Koordinaten. Hoff, ich konnte euch helfen. Ciao!